Mit unserem Hygienekonzept PROTECTION starten wir die Wassersport-Saison 2021. Reboot your business. Dank intensiver Planung und einem perfekt eingespielten Team wird auch die BOT 2021 wieder das Live-Event des Jahres. Die BOT Düsseldorf ist die weltweit wichtigste Netzwerkveranstaltung für die Wassersportindustrie. Auch im Januar 2021 werden wir die großen und kleinen Marken präsentieren und unsere Partner, unsere Aussteller unterstützen, erfolgreich ins neue Geschäftsjahr zu starten. Die BOT Düsseldorf steht für 360 Grad Wassersport erleben. 360 Grad bedeutet auch, wir achten von Beginn bis Ende auf maximale Sicherheit und die Einhaltung der Hygieneregeln. Moderne Lüftungstechnik und ein großzügiges Hallendesign schaffen viel Raum für Begegnungen in einer entspannten Atmosphäre. Wie gewohnt bieten wir wieder viele Möglichkeiten für Vier-Augen-Gespräche und Meetings und deshalb wird auch die BOT 21 die perfekte Plattform für die Branche. Digitale Lösungen und klare Regeln machen persönliche Gespräche und erfolgreiches Business wieder möglich. Mit Sicherheit und ganz natürlich. Wir freuen uns, dass der persönliche Austausch wieder im Mittelpunkt steht. Die BOT Düsseldorf ist für die Wassersportindustrie the place to be. Hier werden die Segel für die kommende Saison gesetzt. Ich bin mir sicher, dass wir ein Fundament geschaffen haben, dass unsere Geschäfte wieder in Schwung kommen können. Ich freue mich auf Ihren Besuch. Vielen Dank. Wir alle stehen dafür ein, dass die BOT Düsseldorf auch für Sie wieder zu einem vollen Erfolg wird. Mit Sicherheit, Power und guter Laune. Wir sind stolz darauf, mit unserem Konzept Live-Events wieder erlebbar zu machen. Für unsere Partner und unsere Gäste aus aller Welt. Reboot your Business 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 Reboot your Business